Für den Money Glitch braucht man einfach einen Händler. Bei dem Preis eines Gegenstand sieht man einen normalen Preis und einen Preis in Klammern. Der Preis in Klammern ist sozusagen der Durchschnittspreis, also wie viel er normalerweise kostet. Wenn man diesen Preis dann mit dem ohne Klammern vergleicht sieht man ob der Gegenstand im Moment teuer ist oder billig. Nun funktioniert es so, wenn von einem Gegenstand wenig Exemplare im Lager des Händlers sind, kostet dieser natürlich nicht viel weil der Händler viel zu viele hat. Wenn jetzt aber zu wenige Exemplare da sind, ist der Gegenstand natürlich teuer und der Händler würde auch viel bezahlen um neue zu bekommen. Also kauft man jetzt einfach alle seine Gegenstände günstig, aber nur wenn viele von ihnen im Lager sind und weil er dann gar keine mehr von ihnen hat, bezahlt er viel Geld um welche zu bekommen, also verkaufst du die Gegenstände einfach wieder an ihn. Jetzt habe ich einfach auf entspannt aus 570 Gold 1380 Gold gemacht. Der Glitch funktioniert mit allen Gegenständen, demnach auch mit teuren Diamanten und außerdem ist es dasselbe Prinzip auch in Anniversary. Wenn du List mit gesammelter Erfahrung killst kannst du auch mit den Händlern um bessere Preise schnacken. Ich bedanke mich jetzt vielmals fürs Zuschauen. Solltest du irgendwelche Fragen haben zu diesem oder einem anderen Thema über Fable, kannst du diese gerne in Form eines Kommentars stellen. Ich bedanke mich jetzt vielmals auf den Händlern um 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 den H